Der Klopeiner See ist der wärmste Badesee Europas. Wir haben hier Wassertemperaturen bereits im Mai von 22 Grad Celsius und so wie jetzt in der Hochsaison im Sommer bekommt der See bis zu 28 Grad. Also wir haben fast karibische Verhältnisse hier in Südkärnten. Österreich ist grundsätzlich schon mal ein schönes Land. Nicht weit weg ist eine Tagesreise. Ich fahre sowieso gerne Auto und wenn Urlaub dann auch mit eigenem Auto und ja da bietet sich Österreich an. Wir sind ja ganz nah an der Grenze zu Slowenien und hier ist die Salami zu Hause. Die Salamistraße führt hier durch. Das heißt, hier gibt es sehr, sehr viele Bauernhöfe, die auch besucht werden können von den Gästen, wo es Verkostungen gibt. Sonne, garantierte. Also schönes, klares Wasser. Ich kriege den kurzen gar nicht mehr raus. Das Hotel ist super. Die Leute hier sind super nett und freundlich. Einfach gut.